Als sackiges und schroffes Oberhaupt ihrer Großfamilie wurde Silvia Wollny 2011 berühmt. Zuletzt klagt sie in ihrer Dokusob aber immer öfter über Kopfschmerzen und Sehstörungen. Nach einem Krankenhausbesuch in der Türkei sind die Gründe für ihre Beschwerden klar. Große Sorge um Silvia Wollny, die 59-jährige Großfamilien-Mama hat einen Schlaganfall erlitten. Das berichtet der Sender RTL. Zuvor habe die Reality-TV-Darstellerin unter grippeähnlichen Symptomen geklagt, andauernde Kopfschmerzen und Sehstörungen gehabt. Punkt Wie in der Folge 26 von die Wollnys, eine schrecklich große Familie am 16. Oktober um 20.15 Uhr bei RTL 2 und auf RTL Plus im Stream zu sehen sein wird, ließ sich Silvia Wollny erst auf Drängen ihrer Liebsten in einem türkischen Krankenhaus ausgiebig untersuchen. Punkt Mittlerweile wurden nach einem Untersuchungsmarathon die entsprechende Diagnose gestellt, Gehirnschlag. Eigentlich wollte die Klinik Wollny sogar für mehrere Tage behalten, doch diese wiegelte schnell ab, hier bleiben tue ich auf keinen Fall. Untersuchungen können die auch so für mich machen. Das ist eine richtige Tortur, die ich über mich ergehen lassen muss. Punkt Punkt Nach der niederschmetternden Diagnose darf Wollny allerdings erstmal nicht nach Hause. Fliegen darf ich jetzt auf keinen Fall, da noch keine Werte da sind, erklärt Silvia ihrem verlobten Harald Elsenbast in der RTL 2 Sendung. Punkt Sie wolle sich nun von weiteren Ärztenmeinungen einholen, um entscheiden zu können, wann und wie sie zurück in die Heimat kehren könne. MRT-Untersuchung brachte Gewissheit, die Reality-TV-Darstellerin erklärt ihre Beschwerden, ich hatte Druck im Kopf, Kopfschmerzen und blaue Flecken auf dem Kopf. Zusätzlich hätte sie allgemeine gesundheitliche Einschränkungen verspürt. Ihr hätten sämtliche Knochen wehgetan und sie habe sich öfter mal hinlegen müssen, sei schnell müde geworden. Punkt Bei einer MRT-Untersuchung im Krankenhaus sei schließlich festgestellt worden, dass eine Ader im Gehirn zu sei. Seit wann dies der Fall sei, habe bislang aber noch nicht festgestellt werden können. Neben dem MRT wurden weitere gründliche Untersuchungen bei Wollny durchgeführt, wie ein EKG, ein CT-Scan, ein Ultraschall der Halsschlagader und eine Augenuntersuchung. Nur im MRT seien die Ärzte fündig geworden, alle weiteren Befunde seien negativ, so Wollny. Silvia Wollny wurde 2011 mit ihrer RTL-2-Doku Sobdi Wollnys, eine schrecklich große Familie bekannt, in der sie, ihr Ex-Mann Dieter und die zehn gemeinsamen Kinder ihren Alltag zeigten. Punkt Wollny brachte zudem noch eine weitere Tochter mit in in die Beziehung. Nach ihrer Scheidung im Jahr 2014 begann sie ab 2014 eine Beziehung mit Harald Elsenbast. Seit 2018 sind die beiden verlobt. Seit 2018 sind die Beziehung mit Harald Elsenbast.